Die Zuteilung, das Defensivverhalten bei Standardsituationen sah heute richtig schlecht aus. Ja, war so. Wir hatten eine Zuteilung, wir haben immer eine gerade Zuteilung, aber irgendwo sind wir immer einen Ticken zu schlafnützig und sind dann einen Schritt zu spät. Dann ist alle natürlich im Luftduell gut und kommen zu Chancen, um zu tun. Man fragt sich auch, warum euch das 1 zu 0 wenig Selbstvertrauen gegeben hat? Hier gehen die Fragen aus und hier gehen die Antworten aus. Das kann ich gut verstehen. Und es wird auch nicht angenehmer zu den Fans zu gehen. Dass die jetzt sauer sind, kann man gut verstehen. Absolut gerechtfertigt und wir müssen uns gut stellen. Und ja, da muss jeder die Schlüssel draus ziehen, was er in den nächsten Wochen hier investiert und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich habe den Eindruck, ihr habt viel zu tun jetzt in den vier Tagen in Thais 9. Absolut. Amen. Amen.